Gibt es noch mehr? Nee, ne? Dann kommt jetzt die andere Seite dran. Wir sind noch nicht fertig, ne? Nehmen wir mal eine andere Farbe. So. Da nutzen wir den Körper voll aus als so eine, ich wollte gerade sagen als Werbefläche, das wäre natürlich auch toll. Ich könnte ja eigentlich voll die Werbung drauf machen, ne? Ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht ganz, wie das geht, aber ich denke mal, man kann auch eigene Tattoos erstellen und dann, das wird lustig. So. Dann sind wir gleich fertig hiermit. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, das gibt doch gar keinen Sinn. Dann sind da einfach nur so Streifen drauf, aber. Tja, wenn es ihm gefällt. So. Ach, da gibt es noch mehr. Noch eine zweite Notiz, weil... Was haben wir hier noch? Oh, ist ganz schön anstrengend, ne? Ach, das sieht doch schön aus. Ja, aber finde ich, ja, kann man so lassen. Ja, warum nicht, ne? Äh. Okay, dann gehen wir mal zu der Kleidung rüber. Äh, wieso ruckelt das jetzt? Achso, der lädt das erstmal hier. So, so. Ja, aber... Ja, aber... Es gibt auch schönere Sachen, zum Beispiel... Das hier? Wirklich? Naja. Wäre eine Möglichkeit jetzt. Man kann ja auch immer so weitergehen, ne? Aber das sind ja meistens die gleichen Sachen in anderen Farben. Ja, das lädt jetzt alles ein bisschen. Aber ich habe jetzt Zeit, ne? Die Musik habe ich übrigens ausgeschaltet, weil ich weiß ja nicht, wie das jetzt mit den Rechten und so ist, ob ich das hochladen darf. Ich habe mir aber gerade überlegt, dass ich vielleicht andere Musik einblende, so im Hintergrund. Vielleicht ist das dann ein bisschen spannender. Ja, nein, doch nicht das da. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob die den bei der Feuerwehr aufnehmen werden. Da, äh, ja. Naja. Ja, aber auch nicht, ne? Äh, Hose? Nehmen wir mal... Hm. Was passt denn so überhaupt nicht zum Oberteil? Ich glaube, ich nehme das einfach mal. Ja. Was ist das? Äh. Was soll das sein? Naja. Wirklich. Achso, jetzt ist das andere nicht mehr ausgewählt. Egal, hier gibt es lustigere Sachen. Äh, das ist natürlich auch gut geeignet. Hm. Aber jetzt muss ich mich entscheiden. Das ist natürlich sehr schwer. Hm. Ja, dann nehme ich einfach mal das hier. Ne, das da. Ja. Das sieht am besten aus, ne? Sagen wir einfach, der kriegt da Geld für, dass er das anzieht. Äh, ja, unpassend, aber ja, ist gut. Hm. Äh, ja, jetzt sieht man das ja gar nicht mehr. Was soll das sein? Moment. Achso. Hm. Nee, das lassen wir auch mal. Keine Sorge, wir machen noch jemand anderen, ne? Normale Menschen, ne? Das ist jetzt nicht, äh, die einzige Person, die wir hier machen. Mit der werden wir auch nur kurz spielen. Und das wird zwar lustig, aber, äh, dann wird das auch wahrscheinlich schnell langweilig. Oh. Abendkleidung. Ja, dann nehmen wir natürlich das hier. Ne? Ja, okay. Schlafanzug. Ist das nicht so ein Krankenhaus-Ding? Naja, ich nehme das einfach mal. Sportkleidung. Ja. Nehmen wir das mal. Badekleidung. Ja, das ist natürlich eine tolle Badekleidung, nur leider passt das jetzt nicht, denn wir nehmen das hier. So, damit man auch schön viel sieht, ne? Weil der hat sich ja extra viele Tattoos gekauft. War bestimmt teuer. Und vielleicht auch, äh, schmerzhaft. So. Ja, das sieht doch auch gut aus. Jetzt kommen wir mal zu der Persönlichkeit. Da könnten wir natürlich auch mal Zufall nehmen, aber das wäre langweilig. Und der ist tapfer auf jeden Fall. Und er ist ordentlich. Na ja, so ordentlich vielleicht jetzt nicht, aber... Äh, gut. Geschickt. Freundlich. Ja. Und der will Feuerwehrmann werden, ja. Ja, was ist der denn so? Ah. Was hört er von Musik? Ist egal, weil ich hab die ja ausgeschaltet. Ja, warum nicht? Gut, nehmen wir das. Ja, das ist auch egal. So. Dann lassen wir den mal irgendwo einziehen. Ja, gibt's hier in der Stadt überhaupt eine Feuerwehr? Bestimmt, ne? Ist das hier nicht... Ja, ich kann mich hier irgendwie nicht umsehen. Dann muss ich WASD benutzen. Hier ist die Feuerwehr, dann lassen wir den da einziehen. Ja, natürlich möbidiert. Da hab ich jetzt keine Lust drauf, das auch noch anders zu möbidieren. Das lädt. Und dann... ...schauen wir uns erstmal in der Stadt so ein bisschen um, ne? Bevor wir hier anfangen zu arbeiten. Ja, dann... ...müssen wir jetzt leider erstmal wieder etwas warten. Also, ich hab hier jetzt gerade gar keine Musik im Hintergrund. Für euch hab ich die vielleicht eingeblendet. Und dann mal gucken, ne? Ah, ich hätte benutzerdefinierte Musik ins Radio einfügen können. Dann... ...könnte man jetzt lizenzfreie Musik darüber hören, ne? Ah, jetzt... Nein, ich will nicht das Tutorial, oder? Nee. Ich kenn das doch alles. Ja, ich kann das auch, äh, erklären, ne? Ja, wir sind hier in der Wohnung. Hier kann man so... ...die Ansicht verändern. Ach, ich glaub, ich brauch das nicht zu erklären, ne? So, beim ersten Kochen brennt meistens alles ab. Aber hier ist ein Rauchmelder. Ja, was ist denn mit den Nachbarn? Wir können die ja mal zum Anfang so besuchen. Hier ist die Feuerwehr, ne? Da ist das Feuerwehrauto. Und da gehen wir dann auch bald hin. Ja, den Wunsch kann ich ihm erfüllen. Ist doch, ne? Ja. Was? Äh. Okay. Also Eigentumsverwaltung ist jetzt irgendwie digital. Oh, reich. Ja, da müssen wir uns mal mit denen anfreunden, ne? Ich rede erst mal mit dem da. Nein, nicht einfach hinsetzen. Und Fernsehen gucken. Und reiten. Och, Fußball. Oder? Nee, kein Fußball. Okay, oder? Nein, okay. Mag der Fußball? Äh, Fußball? Steht das da? Ich denke nicht, dass das da steht. Kann man hier überhaupt Fußball spielen? Äh. Äh, ich weiß gar nicht. Ja, was, äh. Was macht er denn so beruflich? Ja. Ja. Oh, ja. Deswegen läuft das also im Fernsehen. Äh. Was? Also der will zum Supermarkt. Oh. Ja, da ist es runtergesetzt. Ja, tut mir leid, aber da muss ich jetzt sofort da hinfahren und was einkaufen. So. Lebensmittel einkaufen. Äh, ich glaube, ich habe gar nicht genug Geld, oder? Naja, ich wollte mich ja sowieso hier mal ein bisschen umsehen. In dieser Stadt habe ich noch nie gespielt, glaube ich. Also, da ist die Schule. Ja, da ist auch irgendwas. Da können wir auch gleich mal hinfahren. Stopp. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu sehen? So im Hintergrund. Hier ist ein Rathaus. Da ist irgendein komisches Haus. Da ist ein... Sende-Mast. Äh. Kann man da hin? Nein, man kann nur bis hier hin. Also zum Sende-Mast kommen wir nicht. Okay, was ist denn mit... Hier? Da können wir hin, aber da gibt es nichts Besonderes, ne? Kann man sich ja trotzdem mal ansehen. Also habe ich jetzt angesehen, ne? Der braucht sich das nicht anzusehen. Was hier? Wohnt hier jemand? Ja, okay. Hier... Hier wohnt irgendjemand. Das ist ein eigenes Grundstück. Da... Da drin wohnt jemand? Okay, da muss ich als nächstes hin. Ja, wir kaufen eine Tomate, einen Kopfsalat. Ja, Käse. Ja, Käse. Würstchen. Da, michеть. Das ist ein halbärisches Körn. Ja, ich geh dir. Das ist ein halbärisches Körn. Da, mich.